Herzlich willkommen zurück bei dem Format, wir suchen und finden die beste Sommersprossen-Methode. Und schaut mal, was ich gefunden habe. Glaubt ihr, das funktioniert? Wir probieren es gleich mal aus. Also jetzt mal ehrlich, wenn das so gut funktioniert wie meine Augenbrauen-Tattoos, dann bin ich happy. Aber es gibt hier einfach so viele verschiedene. Aber wir probieren natürlich jetzt mal die Originalen aus. Aber jetzt erstmal ausschneiden. Und ich glaube, das gehört jetzt so hier drauf. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Also rauf damit. Aber wir brauchen noch Wasser. Ich werde jetzt hier einfach damit anfangen, das nass zu machen. Okay, ich glaube, es ist jetzt nass genug und bereit zum Abziehen. Ich bin so aufgeregt. Oh mein Gott. Ich wusste nicht, dass dieser Rand hier mit abgeht. Ich glaube, man hätte diesen abschneiden müssen. Soll ich es nochmal ohne Rand probieren?